Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es soweit, heute werden wir endlich den Brawl Pass schaffen. Schaut es euch an, wir sind hier kurz am Ende, ein Level fehlt noch Leute und die letzte Quest, die wir jetzt machen, ist die hier. Besiege 15 Gegner mit Tick, das machen wir, let's go, wir gehen rein und wir haben noch genug Markendoppler, das heißt, wir werden nach dieser Quest, nachdem wir 5 Kills gemacht haben, ja man, den letzten, die letzte Belohnung vom Brawl Pass bekommen und zwar den nicen Belskin. Also erstmal müssen wir 5 Kills machen, das ist jetzt das Wichtigste, komm, ersten haben wir, auch das erste Tor, ganz schnell. Komm, ich muss Kills machen und chillt, chillt ein bisschen. Nee, die machen das Tor. Nice. Nimm mir die Map, Alter. Ich muss ein bisschen anders stehen, ich muss hier chillen. Hier, frisst das. Ich hab mies gerettet. Ich hab meinen zweiten Kill gemacht. Komm. Dritter Kill. Er hat das Tor mies gehalten gerade. Boah. Ja, komm schon. 500 Leben hat der. Ach, Mann, Alter. Und, Leute, lasst auf jeden Fall alle ein Like da. Schaut das Video bis zum Ende und er hat's nicht gemacht. Der Noob. Komm. Jawohl, vierter Kill. Komm. Das muss ich in der Runde schaffen, Leute. Danach sammeln wir auch direkt den Skin ein und das war's auch. Also, let's go. Alle dranbleiben. Komm, Kill ihn. Zack, Digga. Ich glaub, ich hab die Quest. Nein. Komm, Poco. Jawohl, Digga. Let's go, Leute. Bitte, ich hab mich nicht verzählt. Jawohl, wir haben's gepackt. Let's go. Wir haben den Brawl Pass auch mal geschafft, Digga. Nach Jahren. Hä? Hä? Warum krieg ich nicht mehr Markendoppler? Doppler. Hä? Hä? Was geht? Guck mal. Ich hab noch tausend Markendoppler. Geht das nicht für Quests? Junge, dann müssen wir jetzt einfach eine Runde spielen. Okay, okay. Eine Runde mit Piper gehen wir rein. Let's go, Leute. Jetzt gönn, Bruder. Digga. Ich dachte, Markendoppler geht auch für die Quests. Lul. Komplett falsch gedacht. Ich hab' mein erstes Rodeo. Wow, wow, wow. Nein, Digga. Oh, Bruder. Was eine Verschwendung. Das wär'n so schöner Easy-Kill gewesen. Komm, traust du dich, Crow? Okay. Es sind noch sechs andere Leute. Das Spiel gönnt uns. Boah, der Elendige. Komm, kill ihn doch, Crow. Guck mal, wie er nicht killt, Alter. Was ein Larry, Alter, der Crow. Ich schwöre, der muss als erstes sterben, jetzt eigentlich. Der muss so Hardcore-Fünfter werden. Hat das so heftig verdient. So ein schlechter Spieler. Ja, guck mal. Ah, einfach Karma. Oder nicht Karma, aber einfach verdient. Hab' ich ihm gegönnt. Er teleportiert sich jetzt. Guck mal, guck mal. Ich weiß es nicht, oder was? Boah, es hat dafür eine Range. Okay. Okay. Ja, moin. Ja, moin. Ja, egal. Wir haben es noch nicht so geschafft. So, Digga. Mach den Brawl Pass voll. Zack, Junge. Wir haben ihn, Männer. Wild. Bell. Gold Hand. Auf geht's. Pin-Paket öffnen wir davor. Und. Ach. Komm. Wild, Leute. Zu wild. Bell. Gold Hand. Mashallah. Sieht sehr, sehr geil aus. Richtig, richtig geiler Skin. Sonst würde ich das Video auf jeden Fall an der Stelle beenden. Warte. Bruder, wo ist meine Bell? Hier. Ja, Bruder. Der Skin ist... Den einen muss einfach. Der Skin ist überkrass. Allein, dass der Sniper Gold ist. Mashallah. Haut rein, Leute. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich küss eure Nase. Ciao, ciao.